Hallo zusammen, da sind wir wieder in Lights of Pi. Hier praktisch im Stadtgebiet. Letztes hatten wir noch mit dem Wanderer der Illusion, dem Wandersmann, ganz mächtige Probleme. Und jetzt können wir nicht einmal mit dem Stargazer teleportieren und da geht schon der nächste Bus los. Da sind wir ja rausgestiegen. Wir müssen halt neu und hoffen, dass unser Ergo vor der Tür liegt. Verdorbenapparate, meister. Ja, super. Bibi, das bringt gar nichts. Oh, da hätten wir gegen Verdorben, hätten wir da was machen können. Oh, scheiße. Wieso? Ich hab doch Ausdauer. Trinken wir, Bibi. Trinken wir nicht. Trinken wir nicht. Wow. Warte mal einen Moment. Auch ein bisschen Ausdauer. Oh, 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 oh. Oh, da hinten. Wer kommt denn da jetzt? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Reximus weg. Drink doch mal, Bibi, warum drinkst du nicht? Oh, yeah. Oh, die Waffe ist kaputt, ja. Ach, scheiße, ja. Ich hab doch das Amulett drin. Das kannst du alles vergessen, die scheiß Amulette. Reduziert Waffenhaltbarkeitsverlust. Ja, fuck you, ja. Okay, dann gehen wir halt nochmal neu, ne? Ja. Machen den Zirkus mit. Okay, das Ergo liegt hause, das ist nicht schlecht, ne? Okay, das ist nicht schlecht. Hallo? Hallo? Oh, leck mich am Arsch her. Okay, Freunde. Noch ein Versuch, komm. Ich schleife mal die Waffe mit Feuer jetzt. Vielleicht ist er ein bisschen gegen Feuer anfällig. Hallo? Ich strick! Ich strick! Mensch! Was ist denn? Er brennt. Okay, er brennt noch. Wie lange brennt denn der? Kann auch noch. Wow! Du merkst doch, wenn er liegt... Hallo? Ach so, ich hab... ... ... ... ... ... ab geht gehen wir noch mal neu wo ja schon ein bisschen was zu bringen und das soll geht nicht weiter geht nur emmol ja achtung er dreht sich aber mit er ja ja Dankeschön, Freunde. Jetzt muss der Dreht sich mit, der Drecksack, ja? Weg! Wow, das war ganz gefährlich. Verfallen! Oh, Gott sei Dank, mein lieber Mann, Herr. Langsam aber eine neue, Herr. Oh, 13.000 gibt's von dem. Und einen Vollmondstein, den brauch ich, gell? Und einen Quarz. Wow, 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 meine Fresse, Herr. Jetzt hoffe ich, dass wir da jetzt unbeschadet ins Hotel neu kommen. Aber vorher war ein bisschen auffällig, he? Ach, du Scheide. Hotel gerade, ja, komm weiter. Willst du nicht ein bisschen umgucken, ne? Wie, umgucken, was Menschen oder nicht? Ja, ob da vielleicht noch was rumliegt? Sollen nur rumliegen? Nix. Neu, die brauchen unsere Hilfe. Wenn der jetzt auch fangt, wieder mit Sprüchen von wegen Puppe oder was schunst, oder schunst was, gibts auf die Löffel. Mach dir der auf, BB. Oh, je, sieht's da aus, ja. Was steht da? Hypokrathie? Hypokrathie? Aha, da ist er, die Sophie. Er sieht aber gut aus, ne? Wird kein Schaden genommen, das ist wichtig. Was ruckelt, ein bisschen, eben, ja? Oh, je. So, Moment, langsam. Ähm, was machen wir? Wir haben noch eine Schallplatte, die kann ich später abspielen. Antonia ist weg. Sargesa ist da, auch noch. Kann ich mal kurz rasten? Ach, Gott, der Leiter muss ich neu aktivieren. Oh, je. Was war denn durchgestanden, eben? Ach, Stufenaufstieg. Okay, ja, gut. Warum, ne? Was gehen wir neu? Ladung. Oder Ausdauer. Ausdauer, komm. Haben wir noch 8000. Jetzt rede ich mal kurz mit ihr. Oder, ne? Doch, ich rede mal kurz mit ihr. Du bist alive. Ich hatte Angst, weil ich nicht von euch hörte. Die Stalker haben gebetetiert geppetto. Es war der Fox, der Katte und der Black Rabbit-Brotherhed. Aber wirklich, ich fühle mich, Simon ist hinter dem. Erst, geh auf den 2nd floor und sicher, dass alle gut sind. Ich versuche, zu finden, wo sie weg sind. Antonia könnte wissen ein secretes Passage. Versuche sie zu fragen. Okay, das haben wir. Die Eugenin ist auch nicht da. Ah ja, jetzt habe ich meinen vollen Mann Steuern. Das kennen wir da. Das kennen wir da von den Penner. Ach, die haben alles kaputt geklopft. Gucken wir mal. Das ist frech von denen, oder? Das waren die Stalker. Da liegt eine Nachricht. Gucken wir mal. Wo sind die Katze? Jetzt habe ich meinen Steuern und konnte ich aufrüsten, weil die, naja, keiner da ist. Ich laufe da rum. Ja, das kannst du mal. Oh je, oh je. Ach du Scheiße, guck dir mal das an. Was die geschafft haben. Hä? Es war bestimmt, dass der Schäferhund dort beteiligt ist. Und der hat gesagt. Draußen ist alles okay, noch? Ach Gott, die Bilder haben sie runtergeschmissen. Hier ist das nicht. Ich würde sagen, wir gucken erst mal. Da ist die Türofen, ja. Ich habe gesehen, was der Baum macht. Nicht, dass er den noch abgeholt hat. Oh, das wäre es ja, ja. Kein Baum mehr da, ja. Und der andere, der Cianjo. Wacht denn der wohl? Ah, der Baum steht noch. So weit sind sie nicht gekommen. So weit sind sie nicht gekommen. Cianjo noch da? Da ist er. Was ist? Mr. Stalker, es ist du. Ich dachte, es war die Intruders wieder. Es ist ein Relief, dass du sicher bist. Ich war nicht hilfreich, hiding die ganze Zeit. Das ist mein erstes Mal wieder rausgekommen. Du hast mich überrascht, aber keine Fehler. Du bist immer willkommen hier, Mr. Stalker. Ich weiß, ob es gibt, was du brauchst. Stalker, bitte. Wenn du etwas Gold-Koing-Fruit für mich wählst... Ja, gut. Okay, alles klar. Geht's gut. Bin beruhigt. Baum geht's auch gut. Dann schauen wir, was die anderen machen. Der Peto ist ja wahrscheinlich... Ach, nie mit da hinten, ne? Die Katze ist mit dem auch, ja. Ich brauch'n gucken, ne? Da ist's zu. Eugenie hat sich bei... ...gibt mir da euer Quartier, ne? Ach, die haben sich alle da euer Quartier... Ja, das hab' ich mitgekriegt. Können wir die Nase abmachen, da oben jetzt? Okay. Sind alle da, ne, oder? Der Winnici ist da dabei. Okay, dann machen wir Dendo. You have my personal thanks for saving Master Benigni, sir. Do look after him, won't you, sir? Okay. Olli? There's a planned ambush. I'm afraid there's nothing we could have done about it. More than anything, I'm concerned about how it shocked Lady Antonia. All this mayhem is certainly going to affect her condition. Okay, das kann natürlich sein, ne? Hast du den Rollstuhl geschoben, oder hast du das Lähmacher müssen? Hä? Ja. I'm sorry, child. Geppetto has been kidnapped. The Alchemists planned the whole thing. All while we were hiding here. I certainly didn't expect an attack on the hotel. The possibility never crossed my mind. However, I think we can track them down. My portrait. Behind it lies a passageway to their base. The hotel had an accommodation with the Alchemists. Long ago. Play this chord on the piano in my room. It'll open the secret passageway and you can save Geppetto. Bütend, äh, gehst du wieder, ne? Wo sind denn die jetzt alle wieder? Bleibst du da hocken, oder? Apparently I must remain in this room. Be careful out there, won't you? Okay. Also, Freunde. Es gibt jetzt wahrscheinlich... Ich will jetzt gerade nochmal schauen, ob die jetzt alle wieder da sind. Äh, wo sie hingehören, ne? Oh, ja. Da war doch noch ein Raum. Was sollen wir Klavierspielen, wieder? Oh, je. Habe ich das jetzt so übel, ne? Oder, ne? Oder waren wir da schon? War lauter Zimmer, ja? Da blickst du gar nicht mehr durch. Was ist das für ein Raum? Ach so. Ah, jetzt habe ich... Ja, klar. Okay. Da sind wir ja dann in die Rosa Isabel... Äh, äh... Bälle Isabel Abullo. Balla Balla. Ja, auch. Da sind wir hier rein, dann, ne? Raus. Okay. Freunde, das... Machen wir dann... Ich mach das so... Ich spiel noch Klavier, komm. Ich will die Schallblatt noch hören. Das mach ich offscreen. Dann machen wir die der auf. Dann mach ich einen Cut. Das hat der Geheimgang, Fetter. Das hat der Aufzug. Ach so, der ist schon da, gell? Ja, gut. Okay, Freunde, das wäre eine kurze Folge. Und, ähm... Nächste Mal gehen wir da von da aus der Neue, ne? Suchen, nehmt der Schäferhund mit. Als Spürhund diesmal, okay? Okay, dann macht's gut. Bis dann. Bis dann, neinne.